Blumen, die keiner will. Blumen, die keiner braucht. Wo sind wir denn jetzt hier? Eins, zwei... Mist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben muss ich rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ach, was habe ich denn jetzt... Ach, was ist da? Ha! Einen einzigen Block dran vorbei. Super. Aber wenigstens haben wir Gold gefunden. Das ist doch schon was. Das ist gut, ja. Shit, ich habe hier nur Müll im Inventar. Ich muss das alles mal loswerden hier irgendwie. Was schmeißen wir denn mal gerade raus? Die Minecarts hier, die nehmen so viel Platz weg. So. Jetzt. Gold einsammeln. Blöpp. 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 Dann bauen wir hier wieder zu. So, so, so. Puh, was habe ich denn jetzt gemacht? Dopp, 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 bopp, 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 bopp. So. Zack. Und dann kommen hier Booster-Rails hin, die nicht an sind. Okay. Die irgendwo auch an. Ah, hier. So ein Gerät brauchen wir. Puh, 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 puh. Setzen wir in die Mitte. Ist das nicht an, oder was? Flop. Bis oben an, bis unten an. Dann kommen da ein paar Schienen hin. Flop, flop, flop. Wieso fehlen mir eigentlich jetzt Schienen? Das kann eigentlich nicht sein. Ist ja prinzipiell der gleiche Weg. Finde ich doof. Ha. Komisch. Aber egal, ich muss ja eh die hier noch wegmachen. Wopp, wopp, wopp. So, da sind wir jetzt unten angekommen. Können wir das hier wegmachen? So, 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 so. Zack, zack. Zack, 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 zack. Und hier etwas aus Höhlern. Höhlern? Aus Höhlern, ja. Da kommen wir nämlich dort unten an. Und können dann hier schön zum Mobdingsee laufen. Und die Mobtrupps einzusammeln. Wopp, 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 wopp. Wopp, wopp, wopp. Wop, wopp, wopp. Wopp, 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 wopp. W bakkeh, w �me Gobble Stone. Da muss ich ganz in die Gobble Stone hin. Man sind in unser Bahnhofsgebäude geplossen. Oben auf dem Dachboten muss noch Gobble Stone sein. Ja, dann kommen wir hier an, machen wir da eine Power Rail hin, Power Rail, wop, und dann brauchen wir noch einen Button, Buton, der kommt dahin, die Fackel kommt dann halt dorthin, dann können wir hier drauf düsen, so, jetzt muss ich das nur oben noch umbauen, ne, ne, koppelst du noch schon richtig, so, schwuppdi-schwupp, jetzt baue ich das gerade oben noch rum, dann kann man dann wenigstens mit der Bahn schon mal runter und hoch fahren, da muss ich nicht die ganze Zeit immer laufen, mach das, bam, 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 stirb Skelett, stirb Creeper, die Spinnis mal ja noch reinlocken, Spinnis, ah, da ist Spinni, oh, die Sonne geht schon wieder unter, oh, ein Creeper und noch ne Spinni und noch ne Spinni, und ein Skelett und noch ein Spinni, und ne Fledermaus, und ein Skelett und ne Spinni und ein Creeper und ein Zombie und noch ein Zombie und da kommt noch ein Zombie, ich mag das, ich bin unterwegs zum Schlafgemach, sehr gut, hallo Fledermaus, oh, da hinten sind drei Endermans, vieres, oder, drei oder viere, die könnten da wegen mal ins Wasser fallen und ein paar Enderperlen droppen, warum versteckt ihr euch dort, hey, was ist denn hier los, da stehen drei Skelette, direkt auf einem Fleck, also auf zwei Blöcken oder so ungefähr, bam, na, Hühnchen, ich hab noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen, haha, na, haha, was ich nicht verstehe, eigentlich müsste, wenn die Hühnchen da in der Mobfalle sterben, brennen die ja durch die Lava, und dann müssten die rein theopraktisch, eigentlich, gebratenes Hühnchenfleisch droppen, nicht normales, ja, das, äh, versteh ich nicht so, was ist da hinten los, warum ist das denn dort so hell, ich weiß nicht, legst du dich ins Bett, ja, ich bin auf dem Weg noch, wupp, 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 so lieg im Bett, im verbackten, also, äh, verbackten, äh, Textschaufen, Bett, so, dann bauen wir hier noch irgendwie einen Bahnhof hin, da sind Drohnen, Ding ist ja noch alles, äh, bau, 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 so, kommt das hier alles weg, 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 so hoch müssen wir nicht mehr hinaus, die Ebene reicht, und es ist locker, dann baue ich hier gerade mal alles ab, was ich hier gebaut habe, mit 5 Millionen Trichter-Dingsis, 5 Millionen Trichter-Dingsis, und dann funktioniert es auch nicht, weil es sind zwei Chances, so, hoch, oh, dankeschön, scheiße, gebrannter Stein muss da hin, da müssen wir uns langschlagen, so, dann können wir hier die Schienen mitnehmen, die hier rumgeistern, bopp, 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 noch mal etwas Licht hier noch, äh, Licht, 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 etwas Licht für den Licht, dritte dritte die dritte die dritte dr ab 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 und da war es wieder dunkel da oben noch ein lichtlichen hängen so weg damit weg 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 stein 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 licht aus stein 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 weg damit weg damit weg damit und voll machen mit steinen so nicht so zack zack das noch ausreißen wie macht man noch mal einen ofen steine also im crafting table steine im kreis anordnen hoch cobblestone ja ist überhaupt alles zerklüftet hier fall immer runter bombs Das ist das noch raus, zack und zack. Da ist noch so ein komisches Lichtle. Das weg und die Truhe weg. So. Und das weg, die Truhe weg, das weg. So. Oh, hast du ein Achievement? Ich habe. Bist du krass? Ja, total. So, was können wir denn jetzt hier mal abladen, was wir nicht brauchen? Das Glas brauchen wir gerade nicht, die Emirates brauchen wir gerade nicht. So viele Pfeile brauchen wir auch nicht. Gold und Eisen können wir eigentlich auch gerade noch hereintun. So. Das kommt nämlich dort, das weg. Hier wird zugemacht. Hallo, zugemacht habe ich gedacht. Achso, da brauche ich... Ach, falsche Steine. Die brauche ich dafür. Zu. Hier wird zugemacht. Hier wird zugemacht. Und dann geht es hier irgendwo in die Bahnschienenanschlussstelle rein. Bahnschienenanschlussstelle. Ja, so nennen wir das jetzt. Bahnschienenanschlussstelle. Huch. Die muss dann bei Gelegenheit noch ein bisschen schöner gemacht werden. Aber wir brauchen ja nichts spektakuläres hier. Wir brauchen einfach eine Booster Rail. eine Schiene. Eine Fackel an die Wand, damit es ja nicht so dunkel ist. Und ein Knöpfli. Button. Ein Knöpfli. Zack. So, jetzt frage ich mich, ob man hier runterfahren kann. Ob man sich da irgendwo in den Kopf zermürbt. Sollte rein theoretisch gehen. Mal ausprobieren. Mach das. Ich habe nur 17 Level. Ist nicht so schlimm. Ach shit, jetzt habe ich aber die. Ach, ich bin auch so doof. Ich hätte wenigstens einen Minecraft mit hochnehmen sollen. Dann laufen wir mal hier runter. Können ja beim Runterlaufen noch ein bisschen Kopffreiheit schaffen hier. Zwei hoch müsste ja passen. Weiß noch nicht bei den... Den Dingern hier bin ich mir nicht so sicher. Wupp. Wupp. Na, wupp. 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 Auf Schienen kann meines Wissens ja nix spawnen. Da brauchen wir ja nicht alles so ausleuchten. So. Hinab, hinab, hinab. So. Nächste Reihe. Babadibubdibudi babdibü. Hallo, hallo. Jemand zu Hause? Hallo? Niemand? 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 Niemand mit mir? Hallo? Niemand da? Hallo? Natürlich rede ich mit dir. Wem bin sonst? Weiß nicht. Entschuldigung. Tja. Abfahrt. Yay. Wusch. 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 Jawoll, wir sind oben angekommen. Und wenn wir aussteigen, stehen wir hier. Sauber. Sauber. Dann können wir jetzt hier runterfahren. Dann müsste man nicht mehr hoch und runter laufen. Es geht sogar relativ flöt. 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 Flötti flöt. Wusch. Zack. Gut, wir sind da. Supi. So. Jetzt. Jetzt. Wie machen wir das hier? Ein Trichter kann noch zu sein. Oh, das reicht ja eigentlich. So zwei. Ich will aber nach vorne. So, wie machen wir das jetzt am dummsten? Dummsten? Am dummsten? Dumm, du mal am dummsten. Ja. Da ein bisschen Stein weg. Da wollen wir dann auf, weil wir wollen ja keine Treppe bauen. Damit wir dann da drüben hochgehen. Gehen können. So hier. Irgendwie. Schön. Hier rein. Um die Viecher zu beobachten. Hallo Zombie. Wie geht's dir so? Hey, mein Tag war gut. Und deine? Bist du jetzt ein Zombie? Ja. Hallo Spinni. Und noch mehr Spinnis und Zombie. Frachachachachach. Frachachachachach. Ach man, wo war's denn jetzt schon wieder? Brrrr-brrrr-brrrr-brrrr-treppen. Was? Bam. Was? Treppen? Hallo Creeper. Was steht an? Schön warm hier unten, oder? Ich mag das denn, Wupps beim Sterben zuzuschauen. Das ist eine sadistische Ader. Wuppscht. Nur bei den fiesen Viechern, die mich irgendwie immer grillen. So. Wie haben wir das denn hier eigentlich gebaut? Mit Gobbelstones am Rand? An normalen Holzbooten. Und die Decke aus Glattenstein, oder? Die Decke ist aus Glattenstein. Noch Glattenstein? Ja. Kann man das hier auch mal ausbessern? Zack. Vor allem liegt jetzt Schnee auf unserem Grill, ne? Ja, super. Das wollte ich schon immer, dass Schnee auf unserem Grill liegt. Ja. Ach, nein, Treppe, äh, Leiter, wo willst du hin? Was ist denn hier? Ach, hier ist ein Durchs, ach, hier ist der komische. Ach so, ach so, was ist hier also? Was haben wir hier? Ach, bis hierhin wollte ich die Mobfalle mal machen, hab's dann aber nicht gemacht, weil hier Lava war. Oder irgend sowas, keine Ahnung, warum ich es nicht bis dahin gemacht habe. Hallo? Die Höhle haben wir auch, können wir auch mal noch auskundschaften hier, direkt unter der Mobfalle. Ich hab da zwar mal ein bisschen ausgekundschaftet, aber... Aber noch, ist noch ziemlich viel dunkel, ja. Überall, irgendwie. Ja, können wir aber machen bei Gelegenheit. Die scheint auch ziemlich riesig zu sein und die ist so ziemlich tief, also die ist auf Null eigentlich fast. Okay. Also ziemlich weit unten, das heißt, gute Chance für gute Items. Ein bisschen war ich da schon drin, ein bisschen hab ich da schon, aber noch nicht viel. So. Wasser. Wurde jetzt hier Wasser getropft. Das wird wieder dunkel. Schon wieder. Ah, kein Problem, ich kann doch jetzt mit der Bahn hochfahren. Hoho. Hohoho. Zack, 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 zack. Machen wir hier zu. Da fällt ja dort keiner mehr in das Loch rein. Jupp, didu, jupp, dida. So finstrig hier. Oh, so. Huch. Ich liege im Bett. Düse, düse, düse. Nach oben. Bin auch gleich am Bett. Sobald esse ich ne Mal. Melone werde ich hochfahren. Malone. Melone, 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 Melone. Ne, Malone, Melone. Malone, Malone, Malone. Malone, Malone, Malone. So, ab im Bett. Also ich bin jetzt im Bett so. Sehr gut, ich auch. Gut, dann ist er jetzt wieder Tag. Nom, 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 nom. Und dann fahre ich direkt wieder runter. Wusch. Roll, roll, roll. Hui, ui. Fupp, angekommen. So, wie mache ich das jetzt hier? Ich mache jetzt hier... So. Ich mache das, glaube ich, so. Das wird da zwei, drei. So. Und mache dann... Da eine Tür hin. So, da eine Tür hin. Tür. So. Und dann mache ich das hier. Wie groß mache ich das denn hier am besten? Ich glaube, ich sollte erst mal den Trichter bauen. Hüpp. Der Trichter soll nach unten. Soll aber noch eins nach vorne, dass man nur die... Ist eigentlich eh egal. Es benutzt ja nur den Trichter und dann ist das ja in dem Trichter drin. Hier steht nur Trichter. Trichter, Trichter. Trichter, 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 Trichter... Ja, genau. Du hast es erfasst. Du bist gut. Danke, danke. Dann packe ich jetzt da die Drohne ran. So, nach vorne rein. Und dann hoch. Wie ging denn das Kleider was ranzusetzen? Ach so, genau. Shift-Klick konnten wir an die Drohne was ranbauen. Trichter? Zack, so. Der trichtert das jetzt hier rein. Wie macht der trichter das? Der trichtert da runter. Der trichtert da runter, trichtert das dann in die nächste Drohne. Ne, das ist doof. Der trichtert da runter, trichtert das in die nächste Drohne. So, mach das. Ich mach jetzt eine Drohne da hin. Der trichtert das zur Seite. Damit wir ja auch ein bisschen Stauraum haben. Ich will drei Truhen Stauraum machen. Dann trichtert der das hier rüber. So. Und dann trichtert der das nach vorne. Da können wir da alles komplett verstecken. Bis auf die eine Truhe. So. So. Symmetrisch ist es auch jetzt. Was ist denn hier schon wieder los? Ich hänge hier fest. Ah. Die Rails wegmachen hier. Das nehmen wir auch wieder mit. Wupp, 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 wupp. Hallo. Lampen. Lampen. Rautelampen. 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 tschuf 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 Toto Aua Annoos Doof Ich bin doof Jetzt schmeißen wir das mal hier oben drauf Hier ist schon wieder Hühnchen gegrillt worden Ist doch schön Ja Cool ne Ah gut Kommt alles an Ausgezeichnet Funktioniert er wie Wie es funktionieren soll Sehr gut Ist hier was drin Ne ist da was drin Ja da ist was drin Shit Oh da ist auch was drin Es funktioniert wie es funktionieren soll Dann packen wir das hier rein Tschak 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 Warum trichtert er das nicht weiter? Vielleicht wieder nicht Doofer Trichter Trichter hat auch Gefühle Und rechte Ach weil die Truhe nicht aufgeht Deswegen Das ist Slap drüber Müssen wir Slap drüber machen Jetzt müsste es weiter trichtern Ja gut Das war natürlich mega schlau von mir Ja jetzt funktioniert es wieder Gut gut Keine Panik Das funktioniert ja alles Oh no's Was doch Panik Was warum Panik Was nein nicht Panik Ich habe noch keine Äh keine Brits mehr Oh no's Wow Weg mit dem Trichter Weg mit dem Trichter Weg mit dem Trichter Und dem Trichter Plop Item Schwämme So rein damit Rein damit Rein damit Rein Rein Achso Wieso liegt hier ein Ei rum? Wo liegt ein Ei? Da lag ein Ei Achso keine Ahnung Jetzt ist es ein Babyhuhn Cool In deiner Blumenwiese Ist das nicht eine wunderbare Mischung? Ja Schön Was ist denn das alles hier? Meine Güte Wieso schwebt der eigentlich im Block rum? Warum packe ich es nicht einfach in die Truhe rein? Ich bin auch so Das 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 Noch was Ne Das war's Fällt noch irgendwas runter? Das waren mal mein Karts So Jetzt haben wir das alles Da können wir hier jetzt noch zumachen Flipp 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 Weg mit den Schienen